Das wäre doch verrückt, wenn man mit dieser Welt nicht verrückt werden würde. Quatsch du mal mit deinem Verrücktsein. Alle sind normal. Im Prinzip sind doch alle verrückt. Alle sind normal. Aber es gibt doch so viele ungeklärte Fragen. Das Universum. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Mann, alles ist immer da. Aha. Verrückt. Verrückt.